Genau in der zehnten Sekunde schaltet er noch mal. Genau. Auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt vom Gas gehe, hätte der sonst den vierten geschaltet. Jetzt bleibt er ein Drittding. Ja, das ist vernünftig. Wegen der Geräusche auch. Das ist wie so ein Kackreifen. Das sind ja nicht mal die Simis, das sind ja nur diese normalen Bs. Ja, genau. Ja, so wie die Federals in der Art. Die aber wirklich unglaublich schnell abbauen. Und wenn die mal heiß geworden sind und wieder abgekühlt, verliert ich so viel Performance bei jedem Mal. Okay, wir haben schon bei keinem anderen Reifen vorher erlebt. Ja. 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 Das ist ne Arrenberg Linie, die nicht die klassische ist. Die hab ich mir mal irgendwann von Markus Österreich angeguckt, der hatte die mal gezeigt. Das ist ein nettes Quick and Dirty. Fand ich jetzt aber nicht so spektakulär fahre ich eher normal. Normal wird ja immer die klassische Lehre gelernt, von außen an zu fahren. Du weißt, dass wahrscheinlich auch noch ein Unterschied ist, ob du Hecktriebler oder Handtriebler fährst. Ja, und je nachdem wie viel Leistung du zur Verfügung hast, kannst du auch noch andere Linien fahren. Kannst du je nachdem sehr viel enger in manche Ecken rein, weil du einfach weißt, dass du einen ausgängig Schub hast. Das ist halt interessant. Kannst du variieren. Wobei sich hier diese Reifen meiner Meinung nach vom reinen Anwesier der Kurven und so deutlich gutmütiger verhalten wie die Toyos. Ja, die sind cool. Die haben einen sehr breiten Grenzbereich. Die kündigen sehr schnell an. Also man kann eigentlich beim Fahrspaß hier auch sehr, sehr schön mit den Dingern hier fahren. Man kann sehr, sehr gut damit arbeiten. Man weiß immer, was der Reifen macht. Also das ist eigentlich schon ziemlich vernünftig. Ich meine, ich merke das noch direkt, du kennst dein Auto ganz klar. So, gib mal Gas. Ach so, weil er fährt nur Off-Show. So. Welche? Ja, ja, ich meine, ne? Du kennst das von den GD, ne? Ja, ja, da ist auch jeder KMH, der da mitnimmt. Das ist, der würde toll. Ja, und jetzt habe ich eben den Körb innen getroffen. Das war natürlich optimal. Da fehlen gleich zwei, drei KMH. Ja, ja, das hast du das ganze Stück. Das merkst du sofort. In den Kurven stehen die jetzt überall, diese blauen Hütchen, sind die immer schon da gewesen? Die sind von diesen, von diesen hier, Scuderia Trainings oder so. Ach so, okay. Damit die die Scheitelbucht sehen und so. Ja, genau. Ah, okay. Und wieder denkt man, ab dem Kurvenausgang war es wieder zu langsam. Oh, fuck. Ah, okay. Oh, okay. Wah, woo, 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 woo. Wow. Nooo. ınız Jenens Euhm- Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020